Konnichiwa Minasan, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder hier aus dem Tatami Zimmer und heute wollte ich euch mal ein wenig zeigen, was Kinder in Japan, so wie der Louis jetzt so um das ein Jahr bis zwei Jahre rum, aber auch noch danach, denn eigentlich so für Bücher lesen, könnte man sagen. Da ist auch der Louis, konnichiwa. Was die so für Bücher lesen oder was für Figuren hier bei Kindern eigentlich so beliebt sind. Und da haben wir zum einen eine sehr, sehr, sehr beliebte Reihe, die Daruma-san-Reihe. Daruma kennt ihr vielleicht, das ist diese runde Figur, die man oft in Tempeln, manchmal aber auch in Schreinen findet. Da gibt es eben jemanden, der so eine Serie Daruma-san-to, was so viel heißt wie mit Daruma-san, Daruma-san-ga, was so viel heißt wie Daruma-san macht irgendwas und Daruma-san-no. Also irgendwelche Teile vom Daruma-san, zum Beispiel die Augen, die Ohren, was weiß ich nicht alles. Und diese Serie hat sich über, ich glaube, fünf Millionen Mal in Japan verkauft, ist bei den Kindern und bei den Eltern, zumindest jetzt hier im modernen Japan, wirklich bekannt. Steht auch an vielen, wenn man irgendwo spielen geht mit Louis und da sind schon mal Bücher, da ist Daruma-san eigentlich auch immer dabei. Das ist also eine super, super, super bekannte Reihe hier und Louis mag die auch. Wir haben Louis das zu Weihnachten geschenkt, vorher kannte er das nur von diesen Spielplätzen, wo wir mal waren und jetzt will er die Kamera drücken. Und seitdem, wie wir geschenkt haben, jeden Morgen nimmt er das aus dem Regal und hält hin und sagt, hier, Papi mach, Mama mach, sagt er, also das macht er sehr gerne. Und ich kann euch das jetzt nicht komplett von innen natürlich zeigen, wegen rechtlichen Geschichten und so, ihr wisst. Also müsst ihr euch so vorstellen, der Daruma-san, der wackelt so hin und her und man sagt, Daruma-san-do zum Beispiel, ja. Und dann werden verschiedene Dinge gemacht, zum Beispiel umarmt oder es wird gezeigt, hier, das ist das Auge vom Daruma-san. Also da werden die verschiedensten Dinge gemacht und natürlich auch so ein bisschen der Körper, der Kinder dann trainiert. Also sehr, sehr berühmte Serie hier und ist bei Kindern super beliebt. Die Kinder fahren darauf ab. Der Typ, der das gezeichnet hat, der ist leider schon verstorben. Der ist an Krebs erkrankt dann und verstorben hat das in vier Jahren, hat er einige Bücher rausgebracht. Und nach seinem Tod sind die richtig bekannt geworden. Hätte er sich wahrscheinlich auch nicht erträumen lassen können, dass die mal über fünf Millionen mal verkauft werden in Japan. Aber ja, da ist dann eine tragische Geschichte oder ein tragisches Schicksal natürlich auch passiert. Daruma-san ist also das eine, was hier ganz, ganz groß ist bei den Kindern. Dann gibt es diesen kleinen Tiger hier. Das ist der Shimajiro, so heißt der. Und das funktioniert jetzt ein bisschen anders als der Daruma-san. Denn hier gibt es eine Menge an Materialien. Die haben einen YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal werden regelmäßig Videos hochgeladen, so animierte Geschichten, im Grunde wie ein Anime mit diesem Tiger. Aber dann gibt es auch eine Mana Onesan, heißt die. Das ist so eine Japanerin, die dann auch verschiedene Sachen macht mit Wörtern, damit die Kinder schon mal so ein bisschen Wörter lernen können. Also in seinem Alter jetzt nicht. Das ist für ein bisschen größere, so zwei, drei Jahre vielleicht. Also da gibt es verschiedenste Programme. Es gibt eine App, die die entwickelt haben. Das kann man auch kaufen. Ja, also monatlich bezahlt man dann dafür, so um die 20 Euro. Ein bisschen mehr als 20 Euro. Und dann bekommt man auch Spielzeuge zugeschickt, die in den YouTube-Videos und auf der App in den Videos immer wieder auch benutzt werden. Zum Beispiel so ein Kuchen hier. Jetzt klebt Louis irgendwelche Sachen an die Kamera. Dieser Kuchen hier, ne? Den kann man anmachen und da kann man dann verschiedene Sachen, hier hört ihr vielleicht, verschiedene Sachen kann man drücken. Man kann hier die Banane so drehen. Also da werden verschiedene Fingerfertigkeiten der Kinder dann trainiert. Ja, Louis, bye, bye, ne? Bye, 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 bye. Louis möchte euch auch winken. Da gibt es also wirklich die verschiedensten Spielzeuge, die man dann da bekommen kann. Und das guckt Louis sehr gerne. Und das ist auch Wahnsinn, weil dieser Tiger, wenn er das guckt, ist er wirklich still. Und er guckt das und er konzentriert sich. Und das ist eigentlich bei keiner anderen Sendung so der Fall wie bei dieser Tiger-Sendung hier bei dem Shimajiro. Und es gibt immer so kleine Bücher, die werden auch zugeschickt, ne? Die bekommt man dann mit der Post. Wir haben das jetzt gekauft monatlich. Das macht man in Japan wohl oft, ja? Dass also man, es gibt nicht nur diesen Shimajiro, es gibt auch noch andere Sachen. Aber dass man monatlich eben was kauft und dann diese Spielzeuge bekommt. Und die sind auch, ne? Die erforschen, wie man das am besten für Kinder machen kann, dass die am besten lernen und so. Er guckt hier gerade auch schon wieder den Tiger, der Louis. Also da sind die wirklich auch mit Forschung dabei. Seht ihr hier, ne? So sieht das dann ungefähr aus. Und es gibt auch diese Kuckuck. Bah! Ja? Diese Sachen sind in Büchern auch drin. Also, Louis liebt das, ne? Louis, machen wir. Inaiinai! Bah! Ja, Louis liebt diese Bücher wirklich und liebt diesen Tiger. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt auch eine Stoffpuppe davon. Hier haben wir sie. Ja, die ist auch mega süß. Das ist so eine Handpuppe, da kann man mit der Hand reingehen. Nun ist das aber irgendwie für japanische Hände gemacht. Und meine Hände sind ein bisschen zu groß. Aber hier, ne? So eine Handpuppe, die ist auch dabei. Und die wird auch in den Videos, in der App und auf YouTube immer verwendet. So, dass die Kinder die also schon kennen. Und die umarmt Louis manchmal und so. Also, das ist wirklich super gemacht. Und ich muss wirklich sagen, wenn man ihm diesen Tiger zeigt, ist er in der Regel dann auch ruhig und guckt sich das an. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und deswegen haben wir es auch gemacht, weil auf YouTube war er vollkommen begeistert. Ihr habt einen Hund gefunden in dem Buch hier. Wann, Mann, ne? Das ist ein Hund, Louis. Hast du einen Hund gefunden? Und Leute, er fängt an Apfel zu sagen. Keine Ahnung, eins seiner ersten Worte ist Apfel. Er kann Fell sagen, ja? Apfel. Keine Ahnung, warum das. Ja, Kinder, die zuerst Apfel sagen, habe ich auch noch nie gehört. Aber bei Louis ist das so. Also, es ist wirklich auch alles richtig süß gestaltet hier. Und das ist wirklich was, was sich lohnt, würde ich sagen. Aber das wird in Japan halt viel gemacht jetzt mit den Kindern auch. Dass man so eine Mischung hat aus App, aus YouTube, aus Spielzeugen, die man zugeschickt bekommt. Mit Puppen und Bilderbüchern noch mit dabei. Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Dann haben wir natürlich noch den allseits beliebten Ampermann. Das ist jetzt hier so eine Zeitschrift, die wurde verkauft. Da war so ein Buzzer dabei, ja? Habt ihr vielleicht in einem Neujahrsvideo gesehen. Da habe ich das gezeigt, wie er das bekommen hat. Da kann man dann so draufdrücken und es macht Geräusche. Und hier sind auch so die verschiedensten, ja, anderen Charaktere noch drin. Zum Beispiel das hier. Das nennt sich China-Püsche. China-Püsche gibt es auch so ein Bilderbuch von. Das läuft morgens um halb acht immer auf dem siebten Kanal hier im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, was genau das für ein Channel ist. Das ist die Nummer sieben am Fernseher auf jeden Fall. Für eine halbe Stunde läuft dieses China-Püsche. Und das ist auch von, ich glaube, die Tokio-Universität hängt da mit drin. Die haben erforscht, was finden kleine Kinder gut, auf was fahren sie ab, auf welche Bilder. Und da, je nachdem, was die da erforschen und mit den Kindern eben auch herausfinden, kommen dann monatlich immer verschiedene neue Sequenzen in diesem halbstündigen Format mit dazu. Kann ich euch leider natürlich auch nicht zeigen aus rechtlichen Gründen. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber so sieht dieses China-Püsche-Ding hier aus. Und ja, das guckt Louis auch sehr gerne. Damit hat er im Grunde angefangen, als er das erste Mal im Fernsehen gesehen hat. So hat er gedacht, oh, was ist das? Und hat sich das angeguckt. Mittlerweile ist das nicht mehr ganz so interessant wie der Shimajido. Also der Shimajido funktioniert besser. Und da gibt es dann eben auch hier in dem Buch solche Charaktere. Dann ist noch sowas hier drin. Das ist der Wanwan, heißt er, glaube ich, das ist von NHK. Also NHK hat auch eine Menge an Kindersendungen natürlich oder so Kinderserien. Ja, Thomas ist auch sehr beliebt in Japan. Bei den Kindern gibt es natürlich auch. Also das sind so die Sachen. Und der Ampermann natürlich, ne? Der Ampermann ist auch beliebt. Das sind eigentlich so die Sachen, die jetzt am beliebtesten auch bei Louis sind. Was machst du denn da, Schatz? Die am beliebtesten bei Louis sind, die aber auch in Japan generell sehr, sehr beliebt sind. Die Daruma-Geschichte hier. Der kleine Tiger, Ampermann und NHK und was weiß ich nicht alles. Und ist natürlich alles auch medial, im Fernsehen, auf YouTube, in Büchern, in Zeitschriften und so immer präsent. Und deswegen haben wir das natürlich auch alles, damit Louis ein bisschen lernen kann. Und ja, das findet er auch alles sehr gut. Das wollte ich euch einfach mal zeigen, was es da in Japan so gibt, was da so aktuell ist. Und diese Abo-Angebote, dass man wirklich Spielzeug zugeschickt kommt. Das ist halt auch eine große Sache, die hier von vielen gemacht wird. Aber ich meine, in Japan, es gibt immer weniger Kinder, Überalterung, Geburtenratenproblem. Deswegen mal gucken, wie lange das überhaupt hier mit solchen tollen Sendungen und so alles noch funktioniert. Und wie lange sich das für die Firmen hier überhaupt noch lohnt, sowas zu machen. Das weiß man natürlich auch nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall super. Ich finde, es sind super Angebote. Die Kinder lernen eine Menge dabei, haben Spaß dabei. So wie der Louis. Und das ist, denke ich, auch die Hauptsache. Aber natürlich sollte man auch nicht zu viel zeigen, nicht zu viel Fernsehen oder so. Das machen wir auch nicht. Aber so ab und zu und vor allem diese Bücher sind halt super, finde ich persönlich. Hier zum Beispiel der Shimajiro, der kleine Tiger. Er kann sich auch verstecken, wie ihr seht. Dann kann man dahinter machen und kann Louis fragen, ja, wo ist der denn? Und dann sagt er, hier ist der. Und dann macht er ihn auf. Also die lassen sich wirklich was einfallen. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ist das in Deutschland? Ich meine, wir wohnen jetzt in Japan. Und ich habe keine Ahnung von dem ganzen Angebot, was es in Deutschland gibt. Aber ich weiß, dass viele von euch da draußen kleine Kinder haben oder hatten. Und da würde mich natürlich interessieren, jetzt bei den ganzen Sachen, die ihr hier gesehen habt, wie findet ihr das? Ja, also gibt es sowas in Deutschland auch in der Vielfalt oder gibt es es eher nicht? Gibt es so Abo-Angebote in Deutschland, wo man dann auch Spielsachen zugeschenkt bekommt? Gibt es den Daruma-San? Gibt es wahrscheinlich nicht. Aber gibt es in Deutschland ein Kinderbuch, was eigentlich bei allen Kindern durchweg super beliebt ist? So wie der hier, wirklich. Also die Kinder feiern das alle ab. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Kind, was die nicht mag hier. Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir also gerne in die Kommentare. Und ja, das ist das, was wir hier so haben und was in Japan so bei kleinen Kindern abgeht, würde ich sagen. Ich hoffe, es war interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Hier noch der kleine Louis, wie er das Buch durchblättert. Mit dem Shimajiro. Da, da fährt er wieder. Ja, das macht er immer. Wenn er das Buch in der Hand hat. So kommt er an und dann will, dass er vor man liest. Vorliest. Und dann macht er die Sachen aus dem Buch auch immer nach. Ja, ist wirklich mega süß. Ja, hat er, ne? Daruma-San. No. Me. Die Augen vom Daruma-San.